Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine schön entspannte Podcast-Folge, das heißt ihr könnt die heutige Folge auch auf Spotify euch wieder anhören. Der Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ist WoW Classic ein Erfolg? Darüber möchten wir uns heute unterhalten. Wir haben jetzt ungefähr ein halbes Jahr seit dem Release von WoW Classic ist verstrichen und ich denke es macht auf jeden Fall mal Sinn darüber nachzudenken ob WoW Classic eigentlich ein Erfolg war und ob es die richtige Entscheidung für Blizzard war das Spiel zu bringen und ob es quasi auch die richtige Erfahrung für die Community war mit dem Spiel. Ja, meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall, ich denke dass WoW Classic ein unglaublicher Erfolg war. Hat man auf Twitch an den Zuschauerzahlen gesehen. Das hat man auf den Servern gesehen am Anfang. Ja, wir hatten richtig kranke Warteschlangen auf etlichen Servern weltweit. Es war ein unglaublicher Andrang da nach dem Spiel und der Hype am Anfang war schon sehr sehr krank. Also das habe ich so in der Form auch noch nie erlebt. Ich habe den Hype auch etwas unterschätzt, muss ich sagen, im Nachhinein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krank wird. Und auch auf der Community-Seite, also für Blizzard wird sich das natürlich mega gelohnt haben. Wir haben ja zum Teil die Info bekommen, dass sich die WoW Subscriptions, also die Leute, die quasi monatlich ein Abo bei Blizzard haben, verdoppelt haben im Zuge des WoW Classic Releases. Und wenn wir uns zum Beispiel auch die aktuellen Server mal anschauen. Also WoW Classic ist weit davon entfernt, tot zu sein oder so. Also das ist natürlich auch immer wieder so dieses Ding, was manche von wegen gerade so sagen, nur weil es quasi nicht mehr so mega gehypt wird, wäre das Spiel direkt tot. Ja, das ist absoluter Schwachsinn. Wenn wir uns hier einfach mal quasi im englischen Bereich anschauen, alles hier noch hoch, voll, voll hoch. Ja, paar auf mittel, nur zwei niedrige, niedrig bevölkerte Server hier. Im deutschen Bereich, ja, voll, alles auf hoch. Einen niedrigen, nur zwei mittlere. Im französischen Bereich alles voll. Der spanische auf mittel und russisch auch. Hoch, mittel, 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 niedrig. Also wir sind wirklich weit davon entfernt, ein totes Spiel zu haben. Also die Leute sind weiterhin am Start und es war einfach absolut klar, dass der Hype so ein bisschen wieder nach unten ging. Ich denke einfach, der Release von VW Classic hat vor allem gezeigt, worauf es in einem guten MMO eigentlich ankommt. Die Grafik ist eigentlich mehr oder weniger Latte. Also natürlich sollte sie jetzt nicht komplett kacke sein, aber das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wenn man sich mal überlegt, wir haben ein 15 Jahre altes Spiel, was wieder released wurde und ja, natürlich mit einer 15 Jahre alten Grafik auch. Und die Grafik war den Leuten überwiegend egal. Worauf es den Leuten ankam, waren und sind immer noch die sozialen Komponenten im Spiel. Muss ich mich mit anderen Leuten organisieren, um meine Ziele zu erreichen? Muss ich in die Welt rausgehen, um meine Aufgaben zu erledigen, um zum Raid zu kommen, um zum Dungeon zu kommen und so weiter? Oder kann ich mich einfach irgendwie in der Hauptstadt hinstellen und mich hin teleportieren? Das sind alles so Dinge, die dazu führen, dass VW Classic unglaublich interessant wird, weil ein MMO quasi dadurch geil wird, dass man quasi so eine Welt erkunden kann, gemeinsam mit anderen Leuten, dank an den YouTube-Sub an der Stelle. Und es ist vollkommen egal, ob man irgendwelche Mounts sich kaufen kann oder ob man irgendwie Selfies in-game machen kann, ob man irgendwelche geile Grafiken hat, ob man irgendwelche Hardcore-Raid-Mechaniken hat, auch ein großer Punkt ist Raiden. Mehr Leute Classic anscheinend momentan als Retail-VW. Und ja, es braucht eigentlich gar nicht so viel für ein gutes MMO. Und ich finde, das ist so einer der Hauptpunkte, die uns Classic gelehrt hat generell. Und ich hoffe, dass viele Entwickler, viele aktuelle Spieleentwickler, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ein MMO nochmal zu entwickeln, ja, sich das ein bisschen zu Herzen nehmen. Man muss nicht so dieses kranke Megaspiel mit der Megagrafik, mit den mega innovativen Ideen irgendwie bringen, sondern es reicht wirklich einfach, zwei Fraktionen, die sich bekriegen, verschiedene Klassen, eine große Welt, die man erkunden kann und den Leuten so viele Möglichkeiten geben, dass man sich irgendwie zusammen sozial austauschen kann, dass man sich zusammenschließen muss, um seine Ziele zu erreichen. Und dann hat man eigentlich schon ein gutes Rezept für ein sehr geiles MMO. Und deswegen, unabhängig jetzt von dem Erfolg für Blizzard und auch für unsere eigene Spielerfahrung, finde ich, war es absolut der richtige Weg, dass WoW Classic hier quasi nochmal, ja, released wurde. Weil wir einfach gesehen haben, hey, ein geiles MMO braucht gar nicht irgendwie so mega kranke Eigenschaften, sondern es sind wirklich so diese Grundelemente, die stimmen müssen, damit wir ein cooles Spiel haben. Ja, wie war so meine eigene Erfahrung im Spiel? Ich muss sagen, WoW Classic hat für mich persönlich genau die Erwartungen erfüllt, mit denen ich auch an das Spiel herangetreten bin. Ich bin jetzt natürlich auch ein Quad-Server-Veteran, kann man so sagen. Ich habe dementsprechend schon ein oder andere Mal einen 60er hochgelevelt und für mich war das absolut kein Problem, neu hochzuleveln. Und ich wusste auch, dass man da halt sich durchkämpfen muss am Anfang und dass halt auch, wenn ich Level 60 erreicht habe, noch viele interessante und coole Inhalte auf mich warten werden. Ich habe natürlich auch mitbekommen, dass viele von euch oder auch, die schauen das Video wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr hier, dass viele Leute halt, ja, so auf der Hälfte des Weges so, sag ich mal, verloren gegangen sind, gequittet haben, keine Motivation mehr hatten, weiterzuleveln, weil sie einfach gemerkt haben, wow, das ist unglaublich zeitfressend irgendwie, die anderen überholen mich, ja, haben ja auch dann immer viele leider den Gedanken. Und kann ich absolut verstehen, dass einige so gemerkt haben, hey, das kann ich vielleicht doch nicht in mein Privatleben integrieren, das kann ich doch nicht so in meinen Alltag irgendwie einbauen. Oder es ist vielleicht einfach doch nicht das Spiel, was ich mir vorgestellt habe. Ja, das ist absolut verständlich. Aber ich für mich persönlich kann einfach nur sagen, ich habe genau das bekommen, was ich mir auch erhofft habe. Das einzige, was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen, dass es mit unseren Communities nicht so wirklich geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Da habe ich auf jeden Fall auch ein paar Fehler gemacht. Da haben wir auch in der Orga so ein paar Fehler gemacht, grundlegend. Aber ja, das war einfach letztendlich schwierig mit einer Horden und einer Alligil. Das hätte man vielleicht einfach auf eine Seite beschränken sollen, auf eine Fraktion irgendwie. Und ja, so lief das halt leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Trotzdem, ja, habe ich mich davon auch erholt irgendwie. Ich habe dann eine andere coole Gilde gefunden, mit der ich raiden gehen kann auf Patchwork. Bin ich ja, deutscher PvP-Server Patchwork. Und ist mittlerweile auch an einem Punkt angekommen, wo ich sehr gutes Gear habe, mit dem ich gut PvE machen kann, mit dem ich gut PvP machen kann. Ich bin also wirklich sehr zufrieden. Auch generell, die Raids machen mir Spaß. Und ein großer Punkt war ja auch, dass es halt nicht klar war, wie der Raid-Content werden wird. Also wird es halt schwierig sein, wird es ultra leicht sein. Man hatte so ein bisschen die Erinnerung natürlich noch von 2005. Aber viele von uns haben auch auf Privatserven gespielt und waren natürlich jetzt auf Retail ein bisschen enttäuscht, weil natürlich Moltencore, jetzt auch BWL, alles natürlich sehr einfach war. Da muss ich aber auch sagen, da wurde ich nicht überrascht von der Entwicklung. Das war mir auch ein Stück weit klar, dass es so kommen kann. Und da habe ich mich auch schon darauf eingestellt. Und ich muss auch sagen, es hat jetzt für mich nicht die, oder es versaut für mich nicht das Classic-Feeling, auf gar keinen Fall. Bei vielen ist es ja so wirklich, ja, tatsächlich schon ein Grund, Classic gar nicht mehr zu spielen, weil einfach die Raids für sie keine Herausforderungen sind. Weil man sich vielleicht schon so an den Mystic-Content von Retail gewöhnt hat. Das ist ja wirklich eine komplett andere Geschichte, was man da so vom Movement her im Raid abliefern muss. Aber ich glaube doch, dass sehr viele Leute gefallen an dem Vanilla Raiden haben. Einfach an diesem, ja, einfach so ein Damage-Race. Und es geht jetzt nicht primär darum, dass es ultra schwer ist zu raiden, sondern einfach gemeinsam mit anderen zu raiden, coolen Loots zu bekommen und, ja, einfach einen geilen Raid zu haben und eine coole Inni von der Optik her. Und es gar nicht so megamäßig schwer sein muss, wie man das auf Retail hat, glaube ich. Und wenn man sich, wie gesagt, die aktuellen Zahlen anschaut, Raiden anscheinend deutlich mehr Leute in Classic als auf Retail momentan, dann scheint es scheinbar vielen Leuten so zu gehen, dass sie einfach so dieses gemütliche Raiden einfach sehr feiern. Was, ja, das WoW-Leben abseits vom Raid angeht, muss ich sagen, war ich zum Teil etwas enttäuscht manchmal. Das hängt aber auch von mir persönlich ab, von meiner eigenen WoW-Geschichte. Ich habe natürlich auf etlichen Privatservern gespielt und das habe ich auch gerade von Privatservern-Leuten gehört. Ich muss mich vorstellen, da haben wir zum Teil mit 12.000, 13.000, 14.000 Leuten auf einem Server gespielt und dann auch noch EU oder auch noch, die Amis waren auch noch am Start. Also dementsprechend international, da war halt rund um die Uhr Action auf dem Server und sowas kann natürlich ein nationaler deutscher Server nicht bieten, von der World-Pvp-Aktivität her. Das kann man nicht erwarten, dass die Leute da rund um die Uhr aktiv sind und PvP machen und wir haben hier natürlich auf deutschen Servern, dann gehen die Leute um spätestens 1 Uhr pennen, also die Mehrheit der Leute um 12 und dann ist halt auch Ruhe im Karton. Aber ich habe mich so ein bisschen angepasst auf jeden Fall und ich muss auch sagen, wenn man so zu den Hauptzeiten, also wenn man 8, 9, 10 Uhr so in den Blackrock geht, wenn man nach Fellwood geht, wenn man nach Hunterspring geht, dann kann man schon gut PvP machen. Man darf einfach nicht erwarten, dass wenn man sich irgendwie um 3 Uhr nachts irgendwie in keine Ahnung wo, im Steinkrallengebirge einloggt, dass dann irgendwie fett World-Pvp geht. Und das war ja auch gar nicht 2005 so. Das ist ja auch dieses verzerrte Bild, das wir durch die Privatserver bekommen haben, dass man so eine fette PvP-Action auf den Servern hat. Das war aber gar nicht so. Das war ja vollkommen normal auch in dem originalen Vanilla, dass man wirklich zum Teil ja auch mal eine halbe Stunde umhergeritten ist und einfach keinen Gegner getroffen hat. Aber da muss ich sagen, das finde ich auch ein bisschen schade, dass die BG-Phase irgendwann angefangen hat. Mir hat diese Open-World-Phase am Anfang, ihr erinnert euch, am Anfang kam doch das Eresystem ohne Battlegrounds und ja, so im Nachhinein, ich weiß, es hat sehr viele Probleme verursacht und es ist letztendlich gut, dass dann die Battlegrounds kamen. Aber ich muss wirklich sagen, für mich persönlich habe ich wirklich gemerkt, wie viel geiler eigentlich, ja, organisiertes World-Pvp sein kann, wenn viele Leute das auch machen, wenn wirklich Wades rumrennen und World-Pvp machen. Also ich fand das eine unglaublich geile Zeit irgendwie. Man muss nur einfach sagen, dass die Vanilla-Server an sich nicht dafür gemacht sind, für diese Unmengen an Spielern, die quasi dann World-Pvp betreiben. Das war einfach, das ließ sich nicht gut miteinander vereinbaren leider, wenn es da in Zukunft irgendwie Möglichkeiten geben sollte, sei es irgendwie, keine Ahnung, Server-Kapazitäten erhöhen oder generell die Hardware irgendwie stärker machen, dass die Leute auch größere Massenschlachten haben können oder auch irgendwie, ja, noch mehr Zonen hinzufügen, wenn wie gesagt irgendwann nochmal WoW Classic Plus Content kommen sollte, wer weiß, weiß man ja nie. Dann müsste man halt einfach das Spiel generell viel mehr darauf auslegen, dass die Leute nur World-Pvp machen. Ich denke, ein Spiel wie WoW Classic mit den aktuellen, ja, einfach mit der Geografie der Map ist es einfach nicht möglich, weil die Leute halt einfach zu krank gekämmt haben, weil die Wachen in Iron Forge und so weiter im Grunde genommen zu schwach waren für die Horde der Leute, die da angekommen sind und ja, zum Teil wirklich ganze Server davon ausgelöscht worden sind, ne. Also, manche Server haben wirklich, ja, eine komplette Fraktion dadurch verloren, ne. Auch mega schade eigentlich die Entwicklung und hat auch mal wieder gezeigt, wie die heutige Zeit und wie die heutige, das heutige Spielverhalten auch diese ganze Geschichte beeinflussen können, ne. Also, wie sich dann die Sachen auch entwickeln. Trotzdem muss ich sagen, war die Open-World-Dvp-Phase für mich persönlich sehr, sehr geil. Da hat man sehr viele Leute von der anderen Seite kennengelernt. Das habe ich so noch nie erlebt vorher und, ähm, ja, trauere ich trotzdem ein bisschen hinterher. Ja, dann kamen die Battlegrounds und, äh, schlagartig war jeder im Alterac drin, so gefühlt. Ähm, Alterac war dann auch die Meta am Ranken, da haben sich auch viele drüber beschwert und so weiter. Aber ich denke, mittlerweile sind die Leute da auch zufrieden. Mittlerweile haben wir ja, äh, Warsong-Schlucht noch und, äh, Aratebecken auch noch. Ähm, ja, ich bin nicht so der BG-Spieler, aber ich schaue ab und zu mal vorbei im BG. Ähm, ich muss aber einfach sagen, so, die BGs reizen mich tatsächlich bis zum heutigen Tage immer noch nicht so mega. Ja, overall muss man aber einfach sagen, wir hatten eigentlich seit dem Release von WWE Classic nie Content-Mangel. Blizzard hat es irgendwie immer gut gelöst, finde ich. Klar, manche haben an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass hier der Content zu früh kommt oder so. Ne, beim, äh, Düsterbruch zum Beispiel hatten einige so die Befürchtung, dass es zu früh kommt. Handlich aber auch im Nachhinein ist völlig unproblematisch. Jedoch, wir hatten den Düsterbruch-Release und hatten wir, ähm, die Battlegrounds und so weiter. Jetzt in drei Wochen kommt Zulgurub. Dann geht es auch munter weiter mit Content und ich muss sagen, da macht Blizzard auch alles richtig. Muss man auch mal ehrlicherweise so sagen, finde ich. Obwohl sie da auch viel Kritik bekommen haben, zum Teil von etlichen Ecken. Muss ich persönlich sagen, gefällt mir die Content-Politik von Blizzard sehr gut momentan. Und da machen sie auf jeden Fall nix falsch. Wir haben jetzt noch Akku vor uns im Grunde genommen, also nach ZG, was ja auch nochmal ein richtig fettes Upgrade wird. Also da bekommen wir dann die vier, äh, World Dragons nochmal, ne, also die Emerald Dragons, die bekommen Zulgurub, die bekommen einige andere Dinge. Da wird auch wieder halt monatelang, äh, monatelang wird man das zu tun haben. Und dann kommt, wie gesagt, Akku 40, das War Effort Event, die Scarablord-Geschichte und so weiter. Dann kommt Naxxramas, irgendwie die Scourge Invasion und so weiter. Also wir haben noch viel vor uns im Classic und für mich fühlt sich das Spiel auch einfach immer noch gut an und es macht mir immer noch Spaß. Und ich glaube aber auch, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man wirklich Spaß an dem Spiel haben möchte, dann muss man einfach Freude daran haben, Gold zu farmen oder irgendwie World PvP zu machen oder vielleicht auch tatsächlich nur zu Raidloggen und ein-, zweimal die Woche zu raiden. Ähm, eins von den Dingen sollte es dann irgendwie sein, man kann halt einfach von einem Spiel, wie 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 Classic, nicht erwarten, dass man halt, keine Ahnung, monatlich oder wöchentlich richtig geilen, neuen, herausfordernden Content bekommt. Man muss sich schon so ein bisschen auch, ähm, ja, mit, mit so alltäglichen Sachen, die man im Spiel machen kann, bei Laune halten, ne. Wenn man jetzt nicht so der Typ dafür ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere langfristig vielleicht die Motivation in dem Spiel, ähm, verlieren kann. Aber wenn man wirklich bereit ist, sich intensiv mit dem Spiel auseinanderzusetzen und auch wirklich, ja, so Sachen zu machen, wie wie gesagt, Goldfarmen, World PvP, WGs, einfach so, gar nicht mal nur fürs Ehre ranken, einfach so, wenn man Bock hat, andere Leute umzuklatschen, angeln, irgendwie andere Berufe, Twinken ist ja auch ein großes Ding bei vielen Leuten, neue Chars hochleveln und, ähm, ja, ich denke einfach, es geht irgendwie immer weiter, man hat irgendwie in WoW gefühlt immer was zu tun und das ist irgendwie auch so diese, diese Faszination in dem Spiel, finde ich. Und wenn man das aber nicht so wirklich nachvollziehen kann oder wenn man da nicht so drin ist in diesem Feeling, wenn einem diese grundlegenden Dinge keinen Spaß machen, wo man immer wirklich richtig neue Herausforderungen braucht und, sag ich mal, nie dagewesenen Content und so weiter, dann ist man auf jeden Fall den Classic natürlich an der falschen Adresse. Ja, overall bin ich mega zufrieden mit dem Spiel momentan und, äh, jetzt haben wir die Ankündigung, dass, ähm, Burning Crusade wahrscheinlich kommen wird, ähm, ist natürlich noch nicht offiziell bestätigt, aber Blizzard hat eben schon Umfragen an die Spieler geschaltet, wo gefragt wird, wie man sich den, ähm, Burning Crusade Launch quasi vorstellen könnte, ob man quasi auf einem neuen Burning Crusade Server anfängt, ob man mit seinem, ähm, Server weitergeht in die Outlands oder ob man auf einen anderen Server transferiert. Das sind, ähm, spannende Fragen, die auch in den kommenden Monaten, äh, ja, hoffentlich geklärt werden und ich denke, dann werden wir im nächsten Jahr einen Burning Crusade Release bekommen werden. Ähm, und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt und, ähm, klar, jetzt werden wahrscheinlich viele von euch so sagen, ey, warum labern die schon über Burning Crusade? Sie sind noch nicht mal bei der Hälfte von Vanilla gefühlt angekommen mit dem Content und ich gebe euch vollkommen recht, man sollte diese ganze Burning Crusade-Thematik nicht, ähm, jetzt wieder überhypen, so eine Art, ja, ist schön und gut, wenn es irgendwann mal kommen wird, aber das Hauptspiel ist aber noch Classic momentan, aber ich muss sagen, es ist schon, ähm, ja, ein Stück weit cool und beruhigend auch, denn ihr müsst überlegen, wenn wir dann quasi Nux irgendwann mal machen, haben wir dann auch wieder so den Ansporn, ey, mit dem Nux-Gear wiederum, ja, können wir dann auch in Burning Crusade durchstarten eventuell, wenn es so kommen sollte, dass man quasi mit seinem Server und seinem Schar weiter progressed auf Burning Crusade. Und das war auch auf, ähm, vielen Privat-Servern immer das Problem, die quasi mit Nux quasi vorbei waren, dass wirklich viele Leute vor Nux-Ramas tatsächlich oder auch während die Leute Nux-Ramas geredet haben, gequittet haben, weil nicht wirklich der Anreiz da war, wenn man sich dann so gefragt hat, na gut, äh, Nux-Ramas-Gear, ähm, wofür hole ich mir das eigentlich, weil danach kommt ja nichts mehr irgendwie und nur um damit in Ironforge rumzustehen, hm, keine Ahnung. Das fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, habe ich mich, äh, tatsächlich sehr lange drüber auch, ähm, Gedanken gemacht, konnte ich nie so wirklich verstehen, ja, weil auf vielen von diesen Privat-Servern, die wirklich sehr gut liefen eigentlich, die Leute mit dem Nux-Ramas-Release abgehauen sind, also bevor sie überhaupt die Inni betreten haben, ich mich immer so gefragt habe, ey, Leute, jetzt kommt die geilste Inni irgendwie, die viele von euch nie gesehen haben, darum haut ihr irgendwie jetzt ab, ne, und, äh, ja, das war anscheinend für viele wirklich der Grund, weil sie wussten, ey, danach kommt nichts mehr irgendwie, ne, es geht danach nicht weiter und, äh, es könnte sein, dass Blizzard wirklich auch diese Überlegung jetzt schon hat gerade und deswegen auch schon drüber nachdenkt, äh, dass man quasi jetzt schon Burning Crusade einfach ins Gespräch bringt, sag ich mal, damit die Leute auch sich langfristig so ein bisschen darauf einstellen können, ey, nach Vanilla geht's quasi weiter eventuell und, ähm, unabhängig davon, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, dass Burning Crusade kommt, ist dann nochmal eine andere Debatte, finde ich es einfach cool, dass man sich jetzt auch in WoW Classic schon darauf freuen kann, dass die Reise irgendwie weitergeht. Natürlich hätte ich mir jetzt auch so in WoW Classic, ähm, ein paar Änderungen gewünscht letztendlich, ich hätte mir zum Beispiel noch mehr Anreize gewünscht, dass die Leute World PvP machen in der offenen Welt, einfach zum Beispiel, mega gutes Beispiel ist die Gurubashi Arena in Swenglessorn, da geht wirklich bis zu dem heutigen Tag, kommen dann noch Level 60er hin, teilweise Raids, teilweise größere Gruppen, die sich da einfach nur um diese blöde Truhe kloppen, ja, weil man da einfach diese Truhe in der Mitte hat, alle kommen hin, kloppen sich drum und man halt einfach irgendwie einen geilen Abend da irgendwie und solche Sachen, finde ich, wären mega einfach zu implementieren, keine Ahnung, stellt noch irgendwie drei andere Truhen irgendwo in der Welt hin, wo man alle fünf Stunden hingehen kann und, äh, wo man irgendwie Tränke lootet oder irgendein Buff, der eine Stunde dauert oder so, ja, irgendwelche Anreize, dass die Leute die offene Welt erkunden, mein Gott, ist doch nicht so schwer, ja, das wäre halt irgendwie so ein Punkt, den ich mir, ähm, für WoW generell, jetzt für Classic und auch für Burning Crusade wünschen würde, dass Blizzard irgendwie realisieren würde, ähm, dass so dieses Einzigartige an einem MMO ist diese riesige offene Welt, die man halt erkundet und da könnte man noch viel mehr draus machen einfach, ne, und das ist so dieser einzige Punkt, der mich manchmal so ein bisschen nervt, weil ich einfach weiß, es würde niemanden stören, aber es würde so viel mehr, ähm, ja, geile Momente erzeugen, wenn man solche Sachen im Spiel quasi, ähm, implementieren würde. Oder auch ein weiterer Punkt wäre auch eine Arena in Vanilla, ähm, ohne Gear-Belohnung, einfach nur, auch hier wieder ohne Portal in Hauptstädten, einfach zwei Arenen irgendwo hinpflanzen in die offene Welt, wo die Leute quasi in den Portal quasi vor Ort direkt reingehen können, so wie beim Alltrag und sich dann für die Arena anmelden, einfach, was die Leute da tun, tun machen können, ist doch egal, es stört doch niemanden, ist doch vollkommen, ähm, chillig irgendwie, wäre eine coole, äh, Sache irgendwie ohne, auch ohne Gladiator, ohne Ränge, einfach nur just for fun, würde ich auch eine coole Geschichte finden. Das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach so dieses Spiel unglaublich upgraden könnte und unglaublich noch quasi mehr Mehrwert den Leuten geben könnte. Da hoffe ich auf jeden Fall, Blizzard solche Sachen in Zukunft auch realisieren wird. Aber sonst bin ich wirklich vollkommen zufrieden mit VRV Classic und, äh, um jetzt auch mal zum Ende zu kommen von der heutigen Podcast-Folge. Ich denke, die ganze Sache ist ein riesiger Erfolg, ein riesiger Erfolg für Blizzard, für die Community und auch für die MMO-Community an sich, denn, äh, vielleicht, wie gesagt, entstehen auch andere coole MMOs auf der Grundlage von VRV Classic in den nächsten Jahren. Ja, genau, wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr auch, VRV Classic ist ein absoluter Erfolg und ihr seid auch heute noch dabei und es war die beste Entscheidung ever von Blizzard? Oder sagt ihr vielleicht eher, nee, mh, aus dem und dem Grund, ähm, war VRV Classic für mich doch nicht so das richtige Spiel. Ich hätte mir eher vielleicht irgendwie andere Inhalte von Blizzard gewünscht, ein anderes Spiel mal irgendwie oder, ähm, ja, was ganz anderes irgendwie. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und, äh, ja, wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann, äh, folgt gerne meinem Podcast auf Spotify und, äh, lasst mir gerne auf YouTube ein Däumchen da, das wäre ein Träumchen und gerne auch ein Abo und, äh, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video und zum nächsten Podcast. Euer Defiler. Ciao, ciao. !